Hallo, Tayo! Klicken Sie sich hier, um sich anzumelden. Kopf hoch, Frank! Eines Morgens besucht Garni die Feuerwache. Hallo, Freunde! Garni! Garni, was ist los? Also, es ist... Wow! Das ist wirklich die Feuerwehr? Das ist Jun. Er wollte Frank sehen, also habe ich ihn zur Feuerwache gebracht. Ha, wirklich? Ja, die Feuerwehr mag ich am liebsten. Schön, dich zu sehen, Jun. Du kannst mich jederzeit besuchen kommen. Feueralarm! Feueralarm! Festungskommando, melden Sie sich zum Dienst! Alles, wir müssen los! Ja. Garni, fahren wir! Meine Güte! Das Feuer breitet sich aus! Das rennt ja richtig. Ah! Überlass das mir! Ja! Los geht's! Oh nein! Der Wasserstrahl kommt nicht nah genug heran! Oh, was mach ich nur? Er! Keine Sorge, Kinder! Das Feuer ist gelöscht! Ja! Er! 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 Oh, gute Arbeit, Frank. Nein, ich habe am Ende doch gar nichts erreicht. Er! Du warst der Beste! Du bist viel toller als Frank! Stimmt. Wirklich. Oh? Frank! Du warst heute toll! Er hat recht, Frank. Bitte hör nicht auf die anderen. Oh, Kinder, vielen Dank. Beim nächsten Mal werdet ihr staunen, wie gut und effizient ich arbeite. Am folgenden Tag trainiert Frank im Freien. Ich kann es immer noch nicht. Arbeite nicht zu hart. Du könntest kaputt gehen. Nein, ich muss stärker sein, damit ich Feuer in hohen Gebäuden löschen kann. Frank! Hallihallo! Was macht ihr denn hier? Oh, wir haben gehört, dass du hier trainierst. Können wir dir denn irgendwie helfen, Frank? Hm, ich will auch helfen. Wirklich? Aber... Wieso denn nicht? Sie wollen helfen, weil sie dich gern haben. Gut, dann zähle ich auf euch. Juhu! Ich trainiere mit Frank! Gani und Jun bieten Frank Hilfe beim Training an. Oh, das funktioniert nicht. Frank! Kopf hoch! Frank! Du bist der beste Frank! Oha, okay. Ich versuche es noch einmal. Haha, hurra! Ich hab's geschafft! Oh, das tut mir aber leid. Toll! Versuchen wir es diesmal ein wenig weiter. Oha! Oha! Wow, du hast es geschafft! Frank ist der Beste! Jetzt ist ein Feuer in einem hohen Gebäude kein Problem mehr. Ja, natürlich. Feuer in einem Stadtgebäude zum Einsatz melden. Also gut, jetzt kann ich zeigen, wie hart ich trainiert habe. Halt! Rucki! Frank, es ist dieses Gebäude, dort drüben! Kann Frank das schaffen! Ich weiß nicht! Es scheint höher zu sein als letztes Mal! Diesmal schaffst du es, Frank! Los geht's! Juhu! Er hat es geschafft! Ich wusste, dass er sich gelohnt hat! Puh, ich hab's geschafft! Was? Frank, sieh mal das Dach! Oh! Oh nein! Das müssen wir sofort löschen! Oh nein! Es ist zu weit oben! Etwas höher! Noch ein bisschen! Noch ein bisschen höher! Oh nein! Frank! Er hat so hart trainiert! Überlass das Meer! Seht mal! Da oben ist er! Wow! Das Feuer ist gelöscht! Ich wusste, dass er es schafft! Ja! Großartig! Ja! Oh! Wow! Sieh der Frank an! Er ist ganz nass! Er tut mir leid! Er tut mir leid! Frank, mach dir keine Sorgen! Es tut mir leid! Ich geh jetzt schon mal! Er! 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 Taujo! Der kleine Bus! Frank! Gehen wir trainieren? Was? Was? Was machst du? Na ja, ich gieße die Blumen! Ich denke, das passt perfekt zu mir! Vielleicht sollte ich meinen Job wechseln! Was? Was? Alles? Frank benimmt sich komisch! Ich glaube, er ist noch schockiert von gestern! Frank! Du kannst doch mit mir üben! Hm? Oh, wozu? Er kümmert sich doch darum, wenn es irgendwo brennt! Nein! Wir brauchen Frank! Er hat recht! Du bist ein Feuerwehrauto! Hm? Ich bin eine Feuerwehr, die offenbar keine Feuer löschen kann! Niemand braucht mich! Was? Das ist nicht der fantastische Frank, den ich kenne! Ich gehe! Jun! Alles? Ich glaube, ich brauche etwas Luft! Frank? Jun, warte auf mich! Oh je! Jun, sei doch nicht so traurig! Ich bin so von Frank enttäuscht! Frank wird es bald wieder besser gehen! Was? Was ist das für ein Geruch? Was? Feuer! 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 Jun, geht es dir gut? Oh nein! Wir kommen wieder jetzt durch! Oh nein, Feuer! Oh nein, was ist das? Das ist nicht der fantastische Frank, den ich kenne! Ganz genau! Ich bin überhaupt nicht fantastisch! Hä? Ist doch nicht er? Wo eilt er denn hin? Könnte das ein Unfall sein? Ist doch egal! Er ist im Einsatz, also brauchen sie mich nicht! Meine Güte! Es brennt im Tunnel! Da kann ich überhaupt nichts tun! Wie viele Autos sind im Tunnel? Das weiß ich nicht! Es sind bestimmt eine Menge! Rucki! Pipp! Ich habe gehört, dass Garni drin ist! Wo ist Frank? Er antwortet nicht! Sein Funkgerät ist wohl ausgeschaltet! Was? Frank, wo bist du? Ich werde müde, wenn ich nichts zu tun habe! Hä? Ja! Ich habe es geschafft! Du bist der Beste! Haha! Stimmt! Wenigstens haben sie Spaß! Hä? Frank ist der Beste! Glaubst du das wirklich? Jun? Oh! Was mache ich denn nur? Na los! Ich bin Frank, die Feuerwehr! Notfall! Brand im Tunnel! Bitte um Unterstützung! Was? Jemand muss mir helfen! Hilf uns, Frank! Jemand muss Garni retten! Manni! Oh nein! Ich kann doch nicht warten! Wir müssen reingehen! Nein! Das ist zu gefährlich! Aber wir müssen etwas tun! Oh! Ich muss was machen! Oh! Was? Ist das nichts? Mann! Alle zurücktreten! Juhu! Los geht's! Ja! 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 Frank ist verschwunden! Komm schon, Frank! Frank! Frank, bitte! Komm schon! Du schaffst das, Frank! Oh! Oh! Ja! Ja! Gar nicht! Geht es dir gut? Wir haben uns solche Sorgen gemacht! Ja! Oh! Ja! Ja, mir geht's gut! Frank! Ich wusste, dass du uns retten würdest! Nein! Ich muss dir danken! Ich hatte nur den Mut zu kommen, weil du mir vertraut hast! Frank! Frank! Tut mir leid, dass ihr euch Sorgen gemacht habt! Ich schwöre auf den Namen von Frank der Feuerwehr, dass das nie wieder passieren wird! Juhu! Du bist wirklich der Beste, Frank! 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 Frank verspricht sich, dass er weiterhin sein Bestes tun wird, um seine Freunde zu schützen. Bis zum nächsten Mal.